Hallo Leute, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und herzlich willkommen, falls ihr das erste Mal hier seid. Dankeschön fürs reinklicken. Wir machen heute einen Beauty Haul mit neuen Summer Produkten. Ich habe ganz viele neue Cream Blushes, Lip Tints, Lip Balms, Skin Tints, Highlighter, bisschen Pflege. Und das wollte ich euch zeigen und mit euch zusammen ausprobieren. Vergesst nicht einmal auch noch den Subscribe Button zurück, bevor es losgeht. Und gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, falls es euch gefallen hat. Und dann würde ich sagen, legen wir los. Ich habe Liplampern geholt, die jetzt überall so krass gehypt werden. Ich hatte das bei YouTube gesehen. Laura Lee hatte das quasi getestet, ob da halb real ist von TikTok. Und es sah so wunderschön aus. Es war so glänzend und hat trotzdem halt schön viel Pigment abgegeben, die mir sofort in den Warenkorb gepackt hat. Habe es dann aber irgendwie vergessen, nicht direkt bestellt. Pater Gespäter, als ich dann wirklich die Bestellung aufgeben wollte, waren alle einfach ausverkauft. Alle. Und dann habe ich Pater Gespäter nochmal nachgeschaut und dann waren ein, zwei Farben wieder in Stock. Und ich habe jetzt quasi zwei von diesen neuen Liplampern mitgenommen. Also das sind, es gab diesen Juicy Lip Gloss, quasi Lip Balm, schon vorher. Das ist aus dieser Tarte Maracuja-Linie. Und jetzt sind die halt mit einem Liplamper noch rausgekommen. Das ist im Endeffekt dasselbe, aber dieser Liplamper hat noch so einen leichten Tingle-Effekt. Und so sieht er jetzt auch im neuen Design aus. Und dann könnt ihr den hier aufmachen. Und dann hat er hier so einen Klick-Mechanismus. Finde ich auch ganz nett. Ich habe einmal die Farbe White Peach. Die ist leider schon sehr, sehr hell. Die würde ich auf jeden Fall mit einem Lip Liner kombinieren. Das testen wir jetzt mal gerade. Ich benutze da jetzt so einen Nude-farbenen Lip Liner. Die sind halt sowas von cremig. Also das ist quasi hier schon am Runterschmieren, so wie es schmelzen würde. Und mit dem hellen habt ihr halt so einen ganz schönen Ombre-Effekt, finde ich. Das ist im Endeffekt sowas wie ein sehr, sehr glänzender Balm oder wie so ein Sheer-Lipstick, der halt noch ziemlich viel Pflege dabei hat. So würde ich es jetzt beschreiben. Nicht unbedingt als Lip Gloss. Also Lip Gloss ist für mich flüssig und mit einem Applikator. Und das ist ja jetzt eigentlich eher in so einer Lippenstiftform. Aber halt wirklich unique in der Art, weil sowas Glänzendes mit dann doch dementsprechend Farbe habe ich halt sonst nicht. Jetzt habe ich den Ton Primrose mitgenommen. Ich glaube, das war auch einer der Töne, die relativ häufig bei TikTok gezeigt wurden. Okay, also ich glaube, viel juicier geht es nicht. Ich glaube, da wäre es wichtig, richtig auf diesen Sommer zu greifen. Besonders den Ton finde ich super schön, weil das irgendwie so ein Ton ist, der so zu den meisten Sachen gut passt. Zu den meisten Hauttypen auch gut passt. Was jetzt wirklich das Lip Plumpen angeht. Also das hat ja jetzt so einen kleinen Tingle-Effekt. Das spürt man auch wirklich direkt. Ist aber trotzdem erst ein bisschen dezent. Also ich weiß nicht, ob das nicht doch eher nur ein Placebo-Effekt ist. Dann habe ich noch einen von den Klassikern mitgenommen. Da dachte ich eigentlich gar nicht, dass der durchkommt, weil eigentlich schon im Waren kommt, dass der auch ausverkauft wäre. Der ist jetzt quasi dasselbe, hat aber halt nicht diesen Lip Plumping-Effekt. Und das ist die Farbe Coconut. Und die sehen halt von der Verpackung her auch ein bisschen anders aus. Nicht ganz schön wie die neuen. Aber hat hier auch wieder diesen Klick-Mechanismus. Sieht gerade in der Kamera ein bisschen rötlicher aus, als es in Live ist. Das ist, glaube ich, so mein Lieblingston. Das ist so ein brauner Nude-Ton. Braun-Orange. Und das ist eigentlich so mein Lieblings-Nude. Deswegen, ich glaube, von den Farben her, wäre das jetzt hier mein Favorit. Dann habe ich noch einen Beautifalten-Lip-Line von Givenchy mitgenommen. Den habe ich ehrlich gesagt gehabt, dass ich mitgenommen habe, weil es so schön aussah. Also erst mal wow. Ich mache bitte diese Verpackung an. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber das ist wie so eine rosa Leder-Verpackung. Ich hatte noch nie ein Lippenprodukt von Givenchy. Ah. Ja, ich meine, da zahlst du halt auch die Verpackung mit, ne? Aber sehr, sehr schön. Auch dieser rosa Ton. Den müssen wir auch mal direkt ausprobieren. Das ist quasi ein Moisturizer und Plumper und soll halt auch ein bisschen Color abgeben. Ich hole ehrlich gesagt immer relativ selten High-End-Lippenprodukte, wenn ich ehrlich bin. Also ich gebe gerne Geld aus für Foundations, Puder, Concealer, Lidschattenpaletten. Aber bei Lippenprodukten denke ich mir irgendwie immer so, da gibt es auch richtig, richtig gute Drogerie-Alternativen. Deswegen, das ist jetzt wirklich eine Ausnahme, dass ich jetzt wirklich mal so ein paar High-End-Dinger dabei habe. Also das mache ich normalerweise nicht. Ja, ist das erste Mal. Ich bin mal gespannt, ob ich es vorrollen werde. Okay, das ist sehr rot. Ich habe gedacht, dass es ein bisschen weniger rot wäre, wenn ich ehrlich bin. Sieht in der Kamera jetzt auch nochmal krasser aus als in echt. Man konnte das online relativ schwierig erkennen, wie die Farben nachher wirklich auf den Lippen aussehen. Beziehungsweise welche Lippenfarbe jetzt zu welcher Farbe gehörte. Es ist ein schöner Rohton. Sieht auf jeden Fall sehr natürlich aus. Es hat relativ wenig Glanz. Fühlt sich jetzt also nicht so extrem pflegend an, dass man da irgendwie noch so einen Glossing-Effekt irgendwie hat, wie jetzt manche Lippen pflegen oder so. Also es fühlt sich schon pflegend an, aber es ist halt ein bisschen matter. Also etwas dezenter, würde ich sagen. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es dadurch halt auch einfach ein bisschen länger hält, weil es halt nicht so extrem glossig ist, wenn man einfach irgendwie ein bisschen auf den Lippen haben möchte. Aber man fühlt vielleicht noch nicht mal, dass man es unbedingt sieht, dass man was auf den Lippen hat. Also so ein Your Lips But Better. Da könnte ich mir vorstellen, dass das eine richtig gute Geschichte ist. Dann haben wir noch ein High-End-Lippenprodukt und zwar von Dior, der Addict Lip Glow in der Farbe Rosewood. Ich wollte mir zuerst den Lip Gloss holen in der Farbe Rosewood, aber der war ausverkauft. Also, nee, das Lip Oil in der Farbe Rosewood. Der war ausverkauft und dann habe ich aber nachher gedacht, so ein Lippenöl, lohnt sich das wirklich, weil da ist eigentlich immer richtig wenig Farbe drin und da dann so viel Geld auszugeben, dann macht es vielleicht eher Sinn, irgendwie so ein Bein zu holen. Da hat man so ein bisschen mehr von, da ist meistens ein bisschen mehr Farbe dabei. Ich hatte von Dior mal diesen Lip Plampa Lip Gloss. Den fand ich auch sehr schön. Der hat auch wirklich ein bisschen einen vergrößernden Effekt gemacht. Auch super süßes Packaging und das hat dann halt so einen schönen Rosenholzton. Ich bin nicht so ein Rosa-Fan generell. Wenn, dann mag ich eher gerne so ein Alt-Rosa oder so ein Rosenholz-Rosa, so was so in diese Richtung geht. Das ist irgendwie, wenn man es aufgibt, auch wieder ein bisschen fester. Also man rutscht nicht so sehr drüber, sondern es ist irgendwie ein bisschen, man hat mehr Widerstand, weil es nicht so cremig ist. Ähnlich wie bei dem Givenchy. Ja, auch jetzt wieder in der Kamera ist es immer so ein bisschen mehr strahlender als live. Also live finde ich es jetzt auch wieder besser. Es sieht live natürlicher aus als in der Kamera. Es ist halt so ein schöner gedeckter Rosaton. Sieht halt auch super natürlich aus. Das ist, glaube ich, so wirklich der perfekte No-Make-Up-Make-Up-Day-Lippenstift oder Lip Balm. Den kann ich mir richtig gut vorstellen, wenn man einfach nur vielleicht so ein bisschen Highlighter oder Bronze oder sowas aufgibt und dann die Augenbrauen so ein bisschen schön buschig und dann den Lip Balm drauf. Richtig, richtig schön. Der passt irgendwie zu so einem Hailey-Bieber-Make-Up total. Dann haben wir noch von Benefit den Flora Tint. Das ist, glaube ich, eine neuere Version zu dem Benetint. Der Benetint ist sehr, sehr, sehr flüssig und sehr rot einfach. Und das hier ist jetzt halt auch so ein Lip- und Cheek-Ding. So, erstmal ist die Verpackung ein bisschen netter. Ihr könnt es halt für die Lippen und für die Wangen benutzen, was ich immer wirklich sehr, sehr schön finde. Weil das Ganze dann so sehr einheitlich aussieht. Weil ich jetzt schon relativ viel Blush drauf habe, gebe ich mir jetzt nur hiervon ein bisschen auf die Lippen. Jetzt halt im Gegensatz zu den anderen ist es kein Lip Balm, sondern es ist wirklich nur ein Lip Stain. Das heißt, er trocknet auch direkt runter. Er ist trotzdem viel, viel dickflüssiger als der Benetint. Also der Benetint ist wirklich wie Wasser. Und der ist halt ein bisschen dickflüssiger, was mir persönlich jetzt ein bisschen besser gefällt, muss ich sagen. Ja, ansonsten glaube ich, dass er wahrscheinlich auch mit am längsten hält. Also der Benetint, der hält auch wirklich den ganzen Tag, wenn du den einmal aufgibst, auch auf die Wangen. Der hält einfach, weil er halt wirklich richtig die Haut färbt. Ich finde den Ton sehr schön. Der ist halt wirklich perfekt, wenn man irgendwas haben will, was hält. Man hat jetzt halt natürlich nicht irgendwie großartig Glanz oder sowas, aber man hat auf jeden Fall halt ein bisschen Farbe. Das ist gerade für mich, finde ich, ist auch ganz cool, weil ich habe halt ziemlich wenig Lippenfarbe. Also sie geht auch immer weiter weg, je älter ich werde. Und deswegen finde ich sowas eigentlich immer ganz cool. Besonders halt auch an so No Makeup Makeup Days. Unser nächstes Produkt ist ganz neu. Und das ist von Fenty Beauty, der Hydration Lip Stain. Und den habe ich in der Farbe Zesty Bestie 02. Das ist so ein orange-rot, glaube ich. Sehr schönes Packaging, finde ich. Und ich liebe den Rotton. Das ist so ein feuer-orangerot-Rotton. Das ist wirklich mein allerliebster Rotton. Den trage ich im Sommer gerne, sowie auch im Winter. Und finde ich jetzt viel besser als diese bärigen Rottöne oder so. Und der ist wahrscheinlich richtig intensiv. Ich kann mir gut vorstellen, dass das so ein bisschen hier wie der Vinyl Ink von Maybelline funktionieren könnte. Ich habe jetzt hier mal gerade gelesen, also er lässt halt diesen schönen Wet Look. Er soll trotzdem auch Hydration geben. Und wenn das halt runtergetrocknet ist, soll er halt so einen soften Lip Stain lassen. Das müsste ich jetzt mal über ein paar Stunden ausprobieren. Wie lange jetzt erstmal dieser wunderschöne Glanz bleibt. Und wie intensiv danach der Lip Stain noch ist. Aber bis jetzt bin ich erstmal super happy. Und dieser schöne Wet Look, der auf den Lippen ist, gefällt mir besonders gut. Bevor wir jetzt gleich weiter machen mit anderen Make-Up-Produkten. Ich habe noch ein paar Blushes und Brushes und Skin Tints. Wollte ich euch ein Hautpflegeprodukt zeigen. Und zwar ist das von Pharmacy das Very Cherry Bright. Das ist ein 15%iges Clean Vitamin C Serum. Ich habe mich in meinem letzten Video, das war so ein aktuelles Beauty-Favoriten-Video, ja schon von Pharmacy den Honeymoon Glow gezeigt. Und da bin ich auch absolut von überzeugt. Und jetzt habe ich letztens in einem Video gesehen, dass ein Mädel, ich verlieg's euch unten, Kelly heißt sie. Und dass sie hier dieses Vitamin C Serum empfohlen hat. Das ist zum einen das effektivste Vitamin C Serum ist, was sie jemals benutzt hat. Also sie meinte, schon innerhalb weniger Tage, also weniger Anwendungen, hat sie schon Unterschiede gesehen. Also Pigmentflecken, Sommersprossen und so sind weggegangen. Sie hat gesagt, dass es ganz toll ist für unter Make-Up, weil das ist halt bei Vitamin C Serum oft so ein bisschen tricky. Und dass es halt auch wirklich die Haut nicht irritiert hat. Und ich habe es jetzt auch schon ein paar Vitamin C Serum ausprobiert. Zum einen muss ich sagen, ich habe da irgendwie einen großartigen Effekt für mich gesehen. Dann waren manche sehr unangenehm vom Geruch her, von der Konsistenz her. Oder es war halt wirklich unter Make-Up nicht gut. Und deswegen bin ich mal ganz gespannt, wie das hier funktioniert. Ich habe eigentlich High Hopes, weil bis jetzt alle Produkte, die ich von Pharmacy ausprobiert habe, mir richtig, richtig gut gefallen haben. Die sind schon was teurer, aber wenn das dann wirklich funktioniert, dann zahlt man das ja auch gerne. Ja, machen wir weiter mit Summer Glow Make-Up. Ich habe mir hier von Chanel den neuen Fluid Highlighter mitgenommen in der Farbe Sun Kiss. Der war auch online ausverkauft bei Douglas. Ich hätte ihn aber noch in meiner Filiale zum Glück bekommen. Und den habe ich auch schon ein, zwei Mal getragen. Ich habe ihn heute auch drauf. Ich muss auf jeden Fall mal ein Video machen, in dem ich die neuen Chanel Sommerprodukte verwende, weil ich bin so begeistert. Das Ganze ist jetzt wie gesagt, der Ton ist Sun Kiss. Es gibt das auch noch im Ton, ich glaube Pearl heißt der, Pearly Beige oder so. Das ist halt so ein bisschen heller. Den hätte ich mir jetzt auch holen können. Ich war auch ehrlich gesagt am überlegen. Aber der ist jetzt, glaube ich, für den Sommer ein bisschen schöner. Und der ist wirklich sowas von fein. Also ich habe mir den heute Morgen aufs gesamte Gesicht aufgegeben und habe dann darüber einen Skin Tint gegeben. Und dann kann man sich halt nachher auch noch mal ein bisschen auf die Halbholze aufgeben, um es noch mal so ein bisschen zu intensivieren. Und es ist einfach purer Schimmer, ohne Glitzer. Hier kann ich das mit so einem Stippling Brush schön einarbeiten, aufgeben oder halt auch wirklich mit den Händen. Das funktioniert beides sehr, sehr gut. Und ich habe mir das auch schon über Puder aufgegeben. Habe es dann halt nicht eingerieben, sondern wirklich so eingeklopft und das war auch gar kein Problem. Wirklich ein sehr schöner Highlighter. Und man braucht ja auch nicht viel. Ich weiß, die sind natürlich super teuer, die Sachen. Ich habe auch nicht viele Chanel-Produkte. Aber man kommt da, glaube ich, richtig lange mit hin, weil man ja wirklich nur so ein kleines bisschen davon braucht. Und wahrscheinlich wird man es auch nicht jeden Tag benutzen. Ich kann mir das auch pur sehr, sehr, sehr schön vorstellen. Und es hat diesen wunderschönen Chanel-Geruch. Ich liebe, dass die Foundations riechen. Also ich glaube, die neue Foundation riecht nicht so. Aber ich hatte mal die Perfection Lumere, die hat auch so gerochen. Und der Cream Browser riecht auch so. Das ist ein richtiger Sommer-Sonnengeruch. Meine Mutter und meine Schwester mögen den Geruch komischerweise nicht. Aber ich liebe ihn. Das ist so schön. Wenn man den drauf hat, dann hat man das auch selber in der Nase. Aber wenn man den Geruch nicht mag, dann ist es natürlich ein bisschen tricky. Aber gut, irgendwann verfliegt der natürlich auch. Okay, kommen wir zu meinem Lieblings-Make-Up-Stück aktuell. Und zwar sind das Cream Blushes. Ich habe hier einmal von Tarte den Exposed Cheek Stain mitgenommen. Ich weiß nicht genau, ob der neu ist oder ob wir den irgendwie neu wieder rausgebracht haben. Ich meine irgendwie schon. Also ich glaube, den gab es mal und die haben den irgendwie vielleicht nochmal neues Packaging oder so gemacht. Ich habe den jetzt hier in den Ton Exposed. So, und das ist hier halt so ein Stick. Und den könnt ihr entweder mit den Fingern aufgeben oder mit einem Brush oder mit einem Beautyblender. Und den drückt ihr dann hier unten hoch. Ich dachte erst, das ist ein Drehding, aber müsst ihr dann einfach hochdrücken. Das ist jetzt der Farbton Exposed. Das ist auch der Farbton, den ich heute drauf habe. Also ich habe das Make-Up schon seit einigen Stunden drauf. Ich war nämlich heute Morgen mit meiner Schwester und meiner guten Freundin in Brunchen. Und deswegen, also das Make-Up ist schon einige Stunden alt. Aber ich finde, man kann den Blush noch richtig gut sehen. Ich habe ihn nicht aufgefrischt oder so. Das Schöne ist, dass das eine ganz, ganz dünne Gel-Textur ist. Und ich habe es, glaube ich, heute Morgen... Wie habe ich es gemacht? Ich weiß es gar nicht. Ich habe mich mit den Pinsel genommen oder mit den Fingern. Ich glaube, ich habe es mit den Fingern eingeklopft. Als nächstes habe ich mir hier von Nuller Beauty den Cheek Tint geholt. Holt eure Empfehlung hin von Jamie Page hier auf YouTube. Sie hatte nämlich erwähnt, dass sie super gerne diesen Sunburn-Look mag. Das finde ich auch super schön für den Sommer. Und sie hat eigentlich in der Vergangenheit immer eher so zu koralligen Tönen gegriffen. Aber eigentlich ist es eher ein Rotton. Und dann hat sie sich halt diesen Ton bestellt und dachte eigentlich erst, okay, das ist viel zu dunkel. Und hat dann nachher gemerkt, dass man halt damit wirklich diesen schönen Sunburn-Look super hinbekommt. Und, Moment, ich muss das Thema gerade erstmal öffnen. So, habt ihr eigentlich Interesse an den neuen Huda Beauty Concealer? Weil ich habe eigentlich auf jeden Fall Interesse. Aber manchmal habe ich irgendwie das Gefühl, dass das gar nicht mehr so interessant ist, wenn man irgendwie so Concealer-Wear-Tests oder sowas macht. Weil ich hatte überlegt, mir den zu holen. Ihr könnt mir ja mal einen Kommentar lassen, ob ihr da interessiert dran seid. Weil der soll irgendwie luminös und matt zugleich sein. Keine Ahnung, wie das gehen soll. Hier haben wir einmal den aktuellen Cooling Blush von Nuller. So, der sieht jetzt erstmal sehr, sehr intensiv aus. Aber den kann man halt richtig schön einblenden. Und ich glaube, damit kann man sehr, sehr schöne Looks machen. Ich kann mir das schon vorstellen. Ich gehe mal davon aus, den kann man sich wahrscheinlich auch auf die Lippen geben. Und dann sieht wirklich alles sehr schön harmonisch passend aus im Gesicht. Und der ist ähnlich wie auch hier der Tarte Blush. Eher so gelig und sehr dünn von der Textur her. Und ist, glaube ich, deswegen sehr, sehr leicht einzuarbeiten und liegt nicht irgendwie obendrauf oder so. Und ich muss sagen, das Packaging sieht live viel schöner aus als im Internet. Weil ich fand irgendwie, dass die ein bisschen günstig aussahen, die Blush-Tints von Nuller. Aber ich finde jetzt so live hier, das ist matt und dann hier mit der transparenten Hülle, sieht eigentlich ganz süß aus. Also es ist nicht unbedingt das schönste Packaging von ihr, finde ich. Aber sieht auf jeden Fall viel besser aus als mit. Das wollte ich auch mal kurz erwähnen. Und dann habe ich noch eine Lip & Cheek Cream mitgenommen von Stila. Die ist, glaube ich, auch neu oder relativ neu. In der Farbe Lilium. Und da habe ich jetzt gelesen, zufällig, ich habe es nicht deswegen geholt, dass die Hauptdarstellerin in der Serie Bridgerton, ich weiß jetzt noch gar nicht mehr, wie die heißt. Ich habe die erste Staffel gesehen. Auf jeden Fall, dass sie wohl das hier drauf hatte, dass es ihr Blush war. Und den kann man halt für Wangen und Lippen benutzen. Und ich habe den gestern schon mal geswatcht. Ich war erst so ein bisschen beunruhigt, weil hier waren so komische Wasserperlen drauf. Da dachte ich erst, ob der irgendwie nicht mehr gut ist. Aber dann hatte ich gedacht, okay, ich habe das Paket im Auto. Vielleicht hat das deswegen irgendwie geschwitzt. Also jetzt ist auch nichts mehr drauf. Und das ist so ein richtig schönes, blasses Rosa. Der ist auf jeden Fall so ein bisschen dicker von der Textur, so ein bisschen cremiger. Also sehr cremig, sehr pflegend fühlt er sich an. Ganz anders jetzt von der Textur her als hier von Tarte oder der von Huda Beauty. Bin ich mal gespannt. Ich hoffe, dass er da nicht irgendwie zu sehr oben drauf liegt. Ich habe von Mel Cosmetics einen. Der ist auch super cremig. Und da habe ich manchmal das Gefühl, dass der so für meine Poren und so nicht so potterhaft ist. Aber ich finde die Farbe super schön. Und ja, ich finde es auch immer schön, wenn man halt, wie gesagt, was auf die Lippen und die Wangen im gleichen Ton aufgeben kann. Das ist zum einen super praktisch, zeitsparend. Und es sieht halt immer sehr schön einheitlich aus. So, dann habe ich mir noch von Tarte einen Breezy Blender Cream Bronzer Brush mitgenommen. Ich habe nämlich das Problem, dass einige Bronzer irgendwie so ein bisschen fleckig werden. Besonders so auf dem Stirnbereich. Und ich weiß wahrscheinlich nicht, woran es liegt. Deswegen habe ich gesagt, okay, probiere ich vielleicht mal so einen fester gebundenen, breiten Pinsel. Der sieht sehr ganz gut aus. Hui. Der ist schwer. Sieht aber sehr schön aus. Den kann man dann auch so hinstellen. Very cute. Und hat so eine schöne Bartik. So ein schönes Bartik-Muster. Ich mag ja sowieso sehr gerne die Tarte C-Serie. Also auch die Hydroflex Foundation. Wollte ich auch noch unbedingt ein Video dazu machen. Richtig, richtig gut. Besonders für den Sommer. Da bin ich mal gespannt. Also er fühlt sich super weich an. Ich habe ein paar andere Pinsel auch von Tarte. Die sieht man irgendwie gar nicht so oft. Aber die sind richtig gut. Die sind relativ teuer. Aber finde ich von der Qualität her sehr gut. Und die sind auch so ein bisschen unique, muss ich sagen. Hier aus dieser Tarte C-Serie gibt es ja auch noch einen Cream Bronzer. Ich hatte den auch schon im Warenkorb. Und dann habe ich mich aber nachher auch dagegen entschieden. Weil es war schon genug drin. Da habe ich ihn wieder rausgeschmissen. Aber vielleicht hole ich mir den nächsten auch. So, dann habe ich hier noch eine Foundation mitgenommen. Und zwar ist das von One Size. Die Turn Up The Base BBB Cream. Und ich habe mir letztens schon ganz viele Produkte von One Size geholt. Ich bin super begeistert von der Marke. Das ist, glaube ich, irgendwie meine neue Lieblingsmarke. Bis jetzt hat mir alles sehr, sehr, sehr gut gefallen, was ich ausgetestet habe von der Marke. Das ist von Patrick Star von dem YouTube Star, die Marke. Und die gibt es seit ein paar Monaten halt bei Douglas. Und jetzt sind auch letztens, Gott sei Dank, seine neuen Produkte endlich nach Deutschland gekommen. Da habe ich dann mir direkt ein paar Produkte geholt. Und hiervon war ich so begeistert, dass ich mir dann direkt noch eine andere Farbe geholt habe. Es waren auch schon richtig viele Farben ausverkauft. Und die Blushes waren komplett ausverkauft, glaube ich. Bis auf ein, zwei Farbtöne. Ja, aber das kommt in einem anderen Video. Und da teste ich das alles zusammen mit euch vor der Kamera aus. So sieht das aus. Und hier habt ihr so einen Klickmechanismus. Und dann kommt hier das Produkt raus. Und hier steht drauf, Be the Ultimate Blur Boss with Buttery Bouncy Smooth Skin Texture Begone. Und das ist so. Das ist die verfeinernste Foundation, die ich jemals in meinem Leben ausprobiert habe. Sie hält den ganzen Tag. Ist relativ matt, aber kann man natürlich auch mit anderen Produkten dann so ein bisschen beeinflussen. Ich will die einfach jeden Tag nur noch benutzen, weil ich sie so liebe. Also falls ihr irgendwas braucht, wo ihr wirklich flawless, poreless, matt den ganzen Tag aussehen wollt, dann müsst ihr das hier mal ausprobieren. Das ist, keine Ahnung, echt krass. Und dabei ist es auch noch vom Tragegefühl her total angenehm und samtig. Und es sieht nicht heavy aus auf der Haut. Also das ist richtig, richtig besonders, das Produkt. Last but not least, habe ich jetzt hier noch zwei Complexion Produkte. Und zwar ist es einer von Estee Lauder, die Double Wear Stay in Place Mud Powder Foundation. Die ist auch neu. Die habe ich in der Farbe 4N1. Ich persönlich habe diese klassische Estee Lauder Double Wear Foundation nie besessen. Habe sie auch noch nie ausgetestet. Ich weiß nur, dass viele Leute wirklich auf die schwören und besonders, wenn die wirklich was haben möchten, was viel Deckkraft hat und lange hält. Das ist sicherlich nicht unbedingt die Foundation für jeden Tag. Ich weiß, ich habe eine Freundin, die hat die auch damals sehr, sehr, sehr geliebt, als sie rauskam. Und als jetzt hier die Puder Foundation rauskam, habe ich mir gedacht, okay, die könntest du ja jetzt mal testen. Ich habe ja vor kurzem auch hier von One Size die Puder Foundation mir gekauft und da war ich auch sehr, sehr begeistert von. Und ich finde Puder Foundation für den Sommer halt auch wirklich nicht schlecht, weil die halt oft nochmal so ein bisschen natürlicher aussieht als diese Fluid Foundations, wenn es halt eine gute Puder Foundation natürlich ist. Ja, weil es halt auch immer dann sehr schön lange hält. Besonders, wenn man vielleicht irgendwo ist, wo es halt sehr, sehr heiß ist oder sehr, sehr feucht vom Klima her, ist halt eine flüssige Foundation nicht immer unbedingt die richtige Wahl. Deswegen wollte ich die jetzt unbedingt mal ausprobieren. Da werde ich, glaube ich, auch irgendwie noch mal ein extra Video dazu machen und die dann mit einem Wear-Test dann auch ausprobieren. Und dann habe ich mir vor kurzem noch ein anderes Produkt aus der Double Wear Serie geholt. Das ist, ich glaube, das ist ein paar Monate alt. Also noch nicht so alt, meine ich. Und zwar ist das das Double Wear Sheer Long Wear Make-Up. Ich persönlich finde, dass es eher so aus wie so ein Tinted Moisturizer ist. Also es hat super wenig Coverage. Es ist sehr, sehr flüssig, was ich ja immer sehr, sehr mag. Und es hat ein SPF von 20. Das ist das übrigens, was ich jetzt heute auch drauf habe. Und das Schöne daran halt ist, dass es halt wirklich trotzdem super, super lange hält. Und das ist ja eigentlich das Perfekte, was man im Sommer haben will. Man will was haben, was leicht ist, was vielleicht auch nicht unbedingt so viel Coverage hat. Was aber halt trotzdem den ganzen Tag hält und nicht irgendwie nach sechs Stunden absolut glänzend aussieht oder fleckig aussieht oder sich abträgt oder so. Und deswegen weiß ich nicht, wieso nicht mehr Leute hier drüber sprechen. Die hat auch keine guten Bewertungen bei Douglas, habe ich gesehen. Aber ich glaube, dass manche vielleicht nicht so richtig verstanden haben, was das für ein Produkt sein soll. Also es wurde dann quasi mit der Double Wear Foundation der Originalen verglichen, dass das ja gar keine Deckkraft hätte und so weiter. Aber soll es ja auch nicht. Also das ist wirklich ein Sheer-to-Light-Coverage, würde ich sagen. Also noch nicht mal Light-to-Medium, Sheer-to-Light. Und das ist ja irgendwie auch der Sinn der Sache. Deshalb kann man es halt vom Coverage her gar nicht mit der Originalen Double Wear vergleichen. Aber man kann es halt mit der Haltbarkeit vergleichen. Das finde ich gerade für den Sommer wirklich sehr, sehr, sehr interessant. Falls ihr noch auf der Suche seid nach einer Foundation, die super leicht ist, aber langlebig, dann lohnt es sich, glaube ich, sich die mal anzuschauen. Ich kann mir die auch richtig gut für ein Braut-Make-up vorstellen. Also besonders jetzt Bräute, die es sehr natürlich und dezent haben möchten. Die aber natürlich trotzdem wollen, dass ihr Make-up auch abends noch einigermaßen sitzt. Ja, da ist sie, glaube ich, richtig gut für. Also die verdient mehr halt. Lasst mir gerne mal einen Kommentar an, was euer Lieblings-Cream-Blush ist. Äh, vielleicht habe ich den ja noch nicht ausprobiert und dann kann ich das auf jeden Fall noch nachholen. Dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, falls es euch gefallen hat. Das bedeutet mir wirklich sehr, sehr viel. Ähm, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und euch vielleicht so ein paar Anregungen gegeben für ein paar Summer-Cream-Must-Have-Produkte. Und ich wünsche euch doch einen wunderschönen Tag, ein wunderschönes Wochenende. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns zu meinem nächsten Video auch wiedersehen. Macht's gut! Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns zu machen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns zu machen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns zu machen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns zu machen.